Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns mal das hier an. Das ist ein Fenstertürsensor von der Firma Offso oder so ähnlich. Ich packe euch den Link unten rein, damit ihr den findet. Ich finde ihn mega praktisch. Ich nutze ihn jetzt dazu, meine smarten Thermostate zu steuern, weil die haben zwar die Funktion eingebaut, wenn das Fenster auf Kipp ist, dass sie sich abschalten, aber die müssen erst merken, dass 5 Grad oder so Unterschied ist und dann kannst du nur eine Zeit einstellen, wie lang die aus sind und so weiter. Und mit dem hier, ich mache das Fenster auf, es vergehen ein paar Sekunden und das Thermostat fährt zu. Ich mache das Fenster zu, das gleiche andersrum, ein paar Sekunden, Thermostat fährt wieder auf. Und das finde ich viel praktischer und viel genauer. Als andersrum. Was es nicht kann, ist das Thermostat im Prinzip overrulen. Das heißt, wenn das Fenster auf ist und ihr würdet dann eine Zeitprogrammänderung haben, also was dann die Heizung angeht, sie wird dann trotzdem angehen. Weil es ist im Prinzip nur ein Ein- und Ausschalter und nicht ein Intelligenter, der mit dem Heizensensor sagt, das Fenster ist auf, du bleibst aus. Das geht nicht. Bei mir ist es aber so, ich habe die Heizprogramme eigentlich so eingestellt, dass die morgens anfangen zu heizen, logischerweise, und abends ausgehen, sind eigentlich in den Räumen den ganzen Tag über an und dann funktioniert das auch. Da grätscht also nichts dazwischen. Das heißt, wenn ich während des Tages das Fenster auf oder zu mache, funktioniert der Sensor einbordfrei. Montage ist super einfach. Der läuft über Wi-Fi. Das heißt, ihr verbindet ihn mit eurem Router. Und wir gucken mal, was drin ist. Ihr braucht zwei so kleine drei AAA-Batterien und ihr braucht die Tuya-App. Die meisten werden die sowieso auf dem Smartphone haben, wenn ihr smarte Sensoren habt. Ihr könnt also im Prinzip alles, was mit ein-aus ist, darüber steuern und ihr könnt dann auch damit Routinen einrichten. Ihr habt hier eine kleine Anleitung drin, wie das funktioniert, um die App runterzuladen, wie ihr die Batterien einlegt und wie ihr das Ganze dann hier anlegt in Tuya. Batterien einlegen geht natürlich super einfach. Einfach aufmachen. Batteriechen rein. Und dann ist der Sensor auch schon betriebsbereit. Wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr den an Fensterrahmen befestigt. Ihr seht, hier ist so eine Kerbe. Und die ist auch an dem Gegenstück, die Kerbe. Und diese Kerbe muss auf Kerbe sein, weil da ist dieser Magnet drin, der den Sensor auslöst. Wenn ihr den Sensor so rum habt und dann passiert nichts, dann kann der nicht funktionieren. Also darauf achten, dass die Kerbe zur Kerbe zeigt, damit die Ein-Aus-Funktion gegeben ist. Ihr könnt ihn ankleben. Ich habe ihn überall angeklebt. Es sind aber auch hier so zwei kleine Schräubchen bei. Ihr könntet also auch, ja, den zumindestens den, ja, ihr könntet beide, könntet ihr auch festschrauben. Aber, ja, finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze in der Thuja-App einbindet. Wie gesagt, ihr müsst euch die Thuja-App runterladen, euch registrieren, wenn ihr sie noch nicht habt. Ihr seht, hier sind meine diversen Sensoren. Und ihr seht auch, es wird auch immer angezeigt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal auf so einen Sensor gehe. So, ihr seht, hier wird der Sensor angezeigt. Hier wird der Batteriestoffer. Das ist auch angezeigt vom Sensor. Hier ist auch, dass er in Betrieb ist. Und wenn ich jetzt hier auf mehr Anzeigen gehe, dann kriege ich angezeigt, wann der an, wann der aus war, mit genauer Minutenzeit und so weiter. Ich kannte also auch, wenn ich unterwegs bin, immer sehen, ist mein Fenster zu. Wenn ihr das mit Alexa verbunden habt, dann könnt ihr das abfragen. Also, die Sensoren arbeiten mit Google Home und Alexa. Ich glaube, sie arbeiten nicht mit dem iHome oder also mit der Apple-Lösung. Ich glaube, da funktioniert es leider nicht. So, jetzt machen wir mal, jetzt fügen wir den hinzu. Also, wir gehen hier oben auf hinzufügen. Dann heißt es hier, also muss gucken, du musst im 2,4 Gigahertz Netz sein. Das sind wir. So, wir gehen hier auf Sicherheitssensoren. Scrollen hier ziemlich runter, bis wir zu den Tür-Fenster-Sensoren kommen. Also, da es sich um einen Wi-Fi-Sensor handelt, nehmen wir den. So, das lasse ich jetzt mal zu. Ja, hier hat er jetzt noch mein Wi-Fi-Passwort nicht drin. Das müsst ihr natürlich eingeben dafür. Das mache ich jetzt mal schnell. Also, wenn ihr das eingegeben habt, kommt ihr in diesen Bildschirm. Jetzt muss ich hier mal gerade den Kopplungsmodus starten. Hier ist hier so ein kleines, was ihr vom Smartphone kennt. Und hier 5 Sekunden gedrückt halten. Dann fängt er an zu blinken. So, jetzt sind wir hier im Kopplungsmodus. Gehen wir hier unten auf nächster Schritt. Gehen auf weiter. Dann sucht er den. Geht eigentlich in der Regel relativ zügig. So, jetzt hat er gefunden. So, jetzt können wir den hier nur umbenennen. Und das mache ich auch. So. Noch mal fertigstellen. Und dann ist das Ganze drin. So, jetzt könnt ihr in der Alexa-App den Sensor suchen lassen und könnt euch dann da auch Routinen anlegen. Ich zeige das mal gerade hier, weil ich schon diverse Routinen damit habe. So, wenn ich hier... Also, ihr müsst immer zwei anlegen. Einmal Tür auf, einmal Tür zu. Also, ich lege sie hier in der Alexa-App an, weil ich das praktischer finde. Ihr gebt der Tür einen Namen. Am besten halt die Tür, die es ist. Dann könnt ihr hier noch ändern, ob das nur an bestimmten Tagen passieren soll, ob das nur in einer gewissen Uhrzeit passieren soll. Und ihr könnt hier noch eine Dauer einstellen. Das heißt, eine Verzögerung, mit der das Ganze reagiert. Das ist ganz praktisch, wenn ihr, wie zum Beispiel Balkontüren habt, die macht man ja schon mal auf oder zu, ohne dass man lüftet. Also, wenn ich irgendwas in der Küche auf dem Balkon holen will, an Gemüse oder so, dann braucht die Heizung eigentlich nicht runterfahren. Da gebe ich dann eine Verzögerung ein von 30 Sekunden. Und ansonsten lasse ich das Ding einfach laufen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn so eine Routine anspringt. Und ich zeige euch auch, wie schnell dann meine Heizkörper reagieren. Also, ich gehe mal hier in das Heizkörperprogramm. So, dann haben wir das hier. Mein Sensor ist hier oben. Seht ihr das? Da oben an der Balkontür angebracht. So, und jetzt gehe ich mal die Balkontüre aufmachen. Und ihr könnt mal hier sehen, wie schnell, wie schnell im Prinzip der obere Wert hier umspringt. Ich hoffe jetzt mal, dass das Display so lange anbleibt. Also, jetzt ist auf. Da müsste jetzt eine Meldung kommen. Die kriegt ihr dann. Die könnt ihr einschalten oder ausschalten. Und ihr seht, es hat schon umgeschaltet. Jetzt ist zu. Jetzt kommt gleich wieder eine Meldung. So, und das Ganze schaltet direkt wieder um. Ihr seht, es reagiert sehr schnell. Ihr könnt damit halt auch jede Menge Heizkosten, denke ich mal, sparen und heizt dann nicht die ganze Siedlung. Ich finde es super praktisch. Wie gesagt, es overruled nicht den Heizungssensor, wenn das Fenster auf ist und der springt dann in eine Routine rein. Nein, das geht leider nicht. Aber wenn ihr ganztägig, sage ich mal, eine Routine laufen habt, dass ihr eine bestimmte Temperatur habt, dann funktioniert es super. Und wie gesagt, ihr könnt von außerhalb immer abfragen. Oh Gott, habe ich hier mal Grund dazu gemacht oder so? Oder ihr könnt es in der App auch immer sehen. Ihr könnt immer genau sehen, wie oft oder wann das Fenster auf oder zu war. Die Benachrichtigungen könnt ihr ausschalten. Es gibt auch noch eine Benachrichtigung für die Batterie. Wenn die leer wäre oder schwach würde, dann würdet ihr auch benachrichtigen. In der Regel soll die so ein Jahr halten. Ich bin mal gespannt. Aber ihr könnt es halt auch für alles andere nutzen. Süßigkeiten, Schrank, könnt ihr immer sehen, ob die Kinder dran waren oder nicht zum Beispiel. Oder Briefkasten, funktioniert auch. Wenn ihr so einen Briefkasten mit so einer Klappe habt, würde das auch funktionieren. Dann könntet ihr das mit der Briefkastenroutine verbinden und wisst dann, dass die Post da ist. Oder, oder. Ihr habt super viele Möglichkeiten mit diesen Sensoren. Sie sind nicht teuer, kosten glaube ich 12,99 Euro. Und wenn sie im Angebot sind, dann kriegt ihr sie schon für 10 Euro so rum. Und ich glaube, die haben sich relativ schnell, gerade im Winter beim Heizen, amortisiert. Und deswegen finde ich die eigentlich sehr praktisch. Sie sind nicht groß, sie sind super einfach einzurechten. Sie laufen über Wi-Fi. Ihr könnt sie eigentlich in allen Systeme mit einbinden, die eine Auf-Zu-Auslösung haben und die mit Alexa zusammenarbeiten. Schaut es euch mal an. Ich finde sie klasse. Je nachdem müsst ihr eure Routinen ein bisschen anpassen, dass das wirklich in das Zeitfenster fällt. Wie zum Beispiel im Schlafzimmer haben wir nachts immer das Fenster auf. Da habe ich dann den Heizvorgang im Prinzip ein bisschen nach hinten gelegt, dass ich auf jeden Fall wach bin dann zu der Zeit und es nicht overruled wird von dem Heizungsthermostat. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.